In diesem Videotutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie man mithilfe von GeoGebra die Summen von geometrischen Reihen untersuchen kann. Dazu verwende ich die Tabelle und gebe die Werte auch als Punkte im Koordinatensystem aus. Dieses Tutorial nutze ich, weil eine Anleitung in Form einer Liste von Einzelschritten sehr ausführlich ausfüllen würde und so geht das ein wenig einfacher. Also zunächst mal richte ich mir die Oberfläche etwas ein. Ich setze die Tabelle nach unten, damit ich in der Breite bei der Grafikansicht mehr Platz habe. Als erstes lege ich die Beschriftung an. Da in der ersten Spalte Text ist, verwende ich jeweils Anführungsstriche. Wenn ich das Ganze formatieren will, kann ich zum Beispiel hier die Gestaltungsleiste aufrufen und das Ganze dann hier formatieren. Zunächst mal fülle ich mir zwei Werte für n auf und ergänze die dann. Ich möchte die Spalten etwas kleiner machen. Deshalb markiere ich alle Spalten, die es betrifft. Und wenn ich eine von diesen Spalten dann verkleinere, dann werden die restlichen auch mit angepasst. Für die geometrische Folge verwende ich zwei Schieberegler, mit der ich das Folgenglied A1 festlege. Ich beschränke dabei die Zahlen ein wenig, ebenso für den Faktor Q. Und habe dann hier also meine zwei Schieberegler, mit denen ich dann die geometrische Folge bestimme. Mit dem rechten Mausglied kann ich übrigens die Schieberegler bewegen. Wenn ich das Werkzeug Schieberegler aktiviert habe, dann geht das auch mit der linken Maustaste. So, jetzt definiere ich mal das erste Folgenglied. Das kann zwar A1 sein, ich mache es aber gleich allgemein. Und zwar ist das ja festgelegt aus A1. Hier muss ich übrigens also nicht irgendwie adressieren, sondern ich nehme einfach den Wert, der ja hier auch im Algebrafenster angegeben ist, von A1. Und dann berechne ich A1 mal Q hoch N minus 1. Das ist ja die Formel. Also Q hoch und dann in Klammern. N ist ja der Wert in der Zelle oben drüber. Also anklicken, minus 1. Und wenn ich das Ganze dann kopiere, entweder hier mit diesem Viereck oder einfach Steuerung C, Steuerung V, bekomme ich die restlichen Werte. Nur nochmal zum Vergleich. Hier war ja B1 minus 1. Hier habe ich C1 minus 1. Also immer der Wert oben drüber. So, jetzt habe ich hier diese Zahlen schon. Ich möchte die Folgengliede aber als Punkte im Koordinatensystem darstellen. Dazu erstelle ich mir in der nächsten Zeile Punkte, einfach als Wort. Und die bekomme ich, indem ich die Variante verwende, wie ich zum Beispiel auch Punkte eingeben kann. Nämlich einfach runde Klammer und zwei Werte voneinander trennen. Das sind hier einmal der Wert in der Zelle B1 und als Y-Wert in B2. Und damit habe ich bereits den ersten Punkt. Ich kopiere wieder. Und habe dann die restlichen Punkte. Jetzt habe ich bei diesen ganzen Punkten hier Namen dran. Die Namen entsprechen ja hier den Zellenbezeichnungen. Die möchte ich nicht haben. Eine Möglichkeit wäre, dass ich zum Beispiel im Algebra-Fenster die Hilfsobjekte anzeige. Die Punkte sind jetzt hier auch alle markiert. Sieht man an der grauen Hinterlegung. Ich könnte sie per Rechtsklick dann anwählen und dann im Eigenschaften-Dialog was verändern. Ich kann aber auch einfach hier das Ganze ändern. Zum Beispiel, indem ich eine andere Farbe und ein anderes Aussehen und eine Größe verändere. Ebenso auch die Beschriftung, dass ich hier die Beschriftung eben entferne. So. Jetzt geht es weiter. Ich brauche erstmal ein bisschen mehr Platz hier. Nun möchte ich die Summen berechnen. In Anführungsstriche, weil es nur Text ist. Die Summe ergibt sich ja jeweils aus der Summe dieser Werte. Ich mache es rekursiv, dass ich also rechne, was ist das plus das. Das Ergebnis rechne ich dann mit dem nächsten Wert zusammen. Das Ergebnis und so weiter mit den nächsten Werten jeweils. So. Der erste Schritt ist, ich übernehme diesen Wert hier. Das ist nun mal die erste Summe. Und die zweite Summe funktioniert dann oder wird dann immer so berechnet, dass ich den Wert vorne dran nehme. Also die Summe, also die Summe für n minus 1 sozusagen. Und dann addiere ich den aktuellen Wert des Folgengliedes hier. Ich mache es also hier so, dass ich nicht tippe, sondern einfach die Folgen, äh, die Fälle, die Zellen anklicke. Und ich bekomme dann entsprechenden Zellennamen eingetragen, wie es auch beim Tabellenkalkulationsprogramm üblich ist. Und diese Formel, die kann ich jetzt einfach kopieren und bekomme dann die Summen ausgerechnet. Mich irritieren jetzt diese vielen Hilfsobjekte, deshalb schalte ich mal die Ansicht der Hilfsobjekte wieder aus. Und, äh, für die Summen möchte ich nun auch die Werte als Punkte im Koordinatensystem darstellen, damit ich einen besseren Überblick bekomme darüber, wie, ähm, die Entwicklung der Summen verläuft. Also, Summenpunkte als Text wird das dann direkt übernommen. Spalte mal ein bisschen breiter machen. Und jetzt muss ich das gleiche machen wie hier. Nur verwende ich eben als Y-Wert nicht den Wert des Folgengliedes, sondern eben den Summenwert. Also, X-Wert entspricht dem N und der Y-Wert der Summe. Das kann ich direkt kopieren. Und bekomme dann die Zahlen. So, jetzt habe ich die Punkte hier auch schon alle markiert. Ich möchte die vom Aussehen her ändern. Beschriftung weg. Und eine andere Farbe. Und dann bin ich eigentlich schon fertig. Ich kann entweder die Tabelle natürlich ganz schließen, wenn ich das nicht sehen möchte. Und mich dann konzentrieren auf das, was ich hier im Grafikfenster sehe. Oder die Ansicht natürlich lassen. Im Prinzip brauche ich auch die Algebra an sich nicht. Die Werte, die kann ich ja ablesen, wie ich sie hier habe. So, und dann kann ich Untersuchungen vornehmen, für welche Werte von A1 und Q ich eine Folge habe, die entweder gegen unendlich geht oder gegen einen Grenzwert strebt. Hier sieht man noch, dass die Summe einen Grenzwert hat. Verschiebe das Ganze mal. Und hier sieht man, wenn man weiter ansteigt. So, natürlich kann man sich noch mehr Punkte einzeichnen lassen. Im Grunde genommen ist das nur eine einfache Erweiterung der Tabelle. Wenn wir nochmal kurz die Tabelle zurückholen, lässt sich das ja relativ einfach machen. Das Einzige, was ich beachten muss, ist, dass ich nicht einfach alle Tabellen so direkt, oder alle Bestandteile direkt kopieren kann. Wenn ich eine rekursive Formel habe, ich probiere mal, ob das jetzt hier einfach trotzdem geht. und das scheint ohne Probleme funktioniert haben. Wir lassen uns das mal kurz anschauen wieder. So, das heißt, wann immer ich möchte, kann ich also die Tabelle beliebig erweitern und kann dann auch eben den Verlauf der Reihenglieder hier untersuchen. Das ist für mich, das wurde öblicherweise ab.